hallo zusammen martin hier von geniales tuning also hier gibt es was für eine kiste und zwar eine packung von juliane es tut mir leid dritter anlauf vielen herzlichen dank für dein paket auch ihr päckchen kommt logischerweise in die mystery box ein bisschen blatt schaffen da ist ja noch was drin das geht ja gar nicht machbar platz da drin also ihr merkt schon es wird langsam eng wir müssen starten und rein mit julianis päckchen auf jeden fall unten ist ihr kanal auf jeden fall ein abo da lassen das was sie zeigt und macht ist wirklich ganz toll und letztens hat sie verflicks und verklemmt und so richtig abgezogen und ist davon gezwitschert also likes abos kommentare wird sie sich freuen bis zum nächsten mal euer martin ciao